Ja, wer hätte gedacht, wie viel hier Backstage bei der Seabase eigentlich passiert und was sie alles leisten und dass ihr das leistet, ist absolut nicht selbstverständlich. In dem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank, wirklich ein herzallerliebstes Dankeschön an die Seabase dafür, dass ihr das alles möglich macht und dass ihr euch monatlich hier durch die Kabel kämpft. Das schätzen wir wirklich sehr. Ja, als nächstes verabschieden wir uns bei unserer Geschäftsführerin Elke Stewen, die auch sehr tapfer für die digitalen Rechte kämpft. Und Benjamin Bergemann kommt dazu auch auf die Bühne. Ja, das ist noch ein bisschen nass vom Desinfizieren. Ja, es ist jetzt ein schöner und trauriger Anlass zugleich, dass ich hier die Verabschiedung von Elke anmoderieren darf. Und Elke Stewen war seit 2018 jetzt unsere Geschäftsführerin, hat vorher zwei Jahre beim Komitee für Grundrechte und zwei Jahre, zwei Jahrzehnte beim Komitee für Grundrechte und Demokratie gearbeitet. Eine klassische Bürgerrechtsbewegung ist dann zur digitalen Bürgerrechtsbewegung gewissermaßen gewechselt und ich finde, das muss man auch einfach sagen, hat die DigiGas in einer sehr schwierigen Umbruchssituation übernommen, hat die DigiGas konsolidiert, stabilisiert, was man einfach nicht hoch genug schätzen kann und dann auch noch echt ein paar Akzente gesetzt. Ja, und ich kann hier nicht auf alles eingehen, aber eins ist auf jeden Fall die Gesundheitsdaten, an denen Elke auch schon vorher gearbeitet hat. Diese Arbeit hat sie bei der DigiGas weiterverfolgt, hat das Thema, das kann man glaube ich schon so sagen, ein Stück weit auch in die digitale Zivilgesellschaft dadurch reingetragen. Ja, also das ist jetzt, genau, das ist jetzt gar keine Frage mehr, dass die digitalen Gesundheitsdaten auch ein Teil der digitalen Bürgerrechtsbewegung, der Netzpolitikbewegung sind. Ja, das ist das eine. Ein anderes Highlight und ein anderes Verdienst war sicherlich die Verbreiterung von Bündnissen. Auch das gab es vorher nicht, dass man an so Bündnissen wie Unteilbar teilnimmt, die ganz klar auch Ambitionen haben über bloße Netzpolitik hinaus. Und nicht zu guter Letzt waren das glaube ich auch die Demos gegen Uploadfilter, wo es einfach geholfen hat, dass jemand dabei war, der weiß, wie man Demos organisiert und das nicht zum ersten Mal macht. Genau, ich kann Elke hier in den wenigen Sätzen gar nicht so gerecht werden, aber ich will eigentlich die Zeit nochmal dafür nutzen, nicht nur nochmal Danke zu sagen, das werde ich auch gleich nochmal machen, sondern auch nochmal persönlich zu sagen, dass ich glaube, ich habe ja als Vorstand sehr viel mit Elke in der Zeit zusammengearbeitet und glaube auch vor allem zwei Sachen gelernt oder zwei Sachen gesehen bei Elke, die mich sehr beeindruckt haben. Und das eine ist politisch auf jeden Fall, dass Elke diese ganzen Themen der Netzpolitik immer auch in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einbettet und sieht. Und das ist eine Perspektive, die uns glaube ich in dieser netzpolitischen Bewegung fehlt. Zum Beispiel bei den Gesundheitsdaten. Natürlich kann man die Digitalisierung des Gesundheitswesens, den Gesundheitsdatenschutz nicht betrachten, ohne die Entwicklungen, die sich da sonst im Gesundheitswesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgespielt haben. Und dieser gesamtgesellschaftliche Blick, dieser Blick auch für Machtverhältnisse, das ist was, das ist was, wo wir uns glaube ich in der netzpolitischen Bewegung echt auch noch eine Scheibe abschneiden können. Und das andere ist eher was Persönliches, was ich immer sehr schön fand, trotz all dem Stress und diesen ganzen E-Mails und so, hat Elke oder nimmt Elke immer jedes Anliegen, jedes Anliegen und damit auch jede Person mit ihrem Anliegen ernst. Ja, auch wenn es völlig abstruse E-Mail-Anfragen sind, Leute, die auf so Ständen, ja, auf irgendwelchen Veranstaltungen kommen und einem echtes Ohr abkauen, ja, Elke nimmt das grundsätzlich erstmal ernst und, ja, kommt den Leuten mit dem Respekt entgegen, der den Leuten letztlich gebührt, auch wenn ihre Anfragen vielleicht echt manchmal morg sind. In dem Sinne, Elke, vielen, vielen Dank von mir, vom Vorstand, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von den Mitgliedern des Vereins. Wir haben hier ein kleines Geschenk, was Kleines zum Lesen und dann will ich dir natürlich nochmal die Gelegenheit geben, was zu sagen, dich zu verabschieden. Ja, herzlichen Dank, das war sehr nett, wie du mich jetzt verabschiedet hast. Ich wollte auch nochmal einen kurzen Rückblick geben auf eine viel kürzere Zeit, als wir das jetzt mit den zehn Jahren machen und habe eigentlich auch nur so einen Aspekt, glaube ich, nochmal herausgegriffen. Zunächst mal, es war für mich auch eine total spannende Zeit, aus dieser alten Bürgerrechtsorganisation in diese digitalen Felder einzusteigen, sehr viel über Digitalisierung und netzpolitische Themen zu lernen und ich war dem ja immer schon ein wenig verbunden und trotzdem war es nochmal viel mehr, was ich hier gelernt habe. Vor allem muss ich einfach auch nochmal sagen, der netzpolitische Abend ist einfach eine wunderbare Einrichtung, weil sie einerseits wirklich eben so viel diese Breite an Themen repräsentiert, wo man lernt, wie Menschen mit der Technik wirklich Hilfsmittel konstruieren und ganz praktisch aktiv werden und helfen können und auf der anderen Seite aber auch theoretisch reflektieren kann, was passiert und natürlich über diese ganzen Eingriffe, staatlichen Eingriffe und Überwachungsformen auch informiert wird. Und zugleich ist es eben ein Abend, an dem man immer wunderbar Menschen treffen konnte, zusammen kamen, immer auch davor und danach noch viele Gespräche möglich waren und ich hoffe, das wird es bald auch wieder so möglich sein. Und dann habe ich mich gefragt, was sind eigentlich die Unterschiede in meinen Erfahrungen zu den alten Bürgerrechtsorganisationen und ich habe einen Aspekt jetzt einfach mal herausgegriffen. Digitalisierung ist tatsächlich ja für viele immer noch und gerade auch für Regierung und Politik Neuland, wie man halt so sagt. Infolgedessen sind aber diejenigen, die technisch versiert sind, tatsächlich diejenigen, die überhaupt verstehen, was damit möglich ist, was das alles heißt und wie es geht. Und das heißt auch, sie sind diejenigen, die auch tatsächlich Einfluss nehmen können auf Politik. Das ist einerseits sehr verführerisch, andererseits eben aber auch diese wunderbare Möglichkeit, dass man eben, wenn man dann im Konzert mit vielen Organisationen die Kritik übt, tatsächlich eine Corona-App anders funktioniert, als es ursprünglich geplant war. Aber auf der anderen Seite, auf all die Entwicklungen in der Fragen von Überwachung, in der Ausdehnung staatlicher Überwachung, da haben wir alle gar keinen Einfluss drauf, was tatsächlich passiert. Da können wir manchmal wirklich nur noch hoffen, dass Gerichte, also letztlich das Bundesverfassungsgericht, Grenzen setzt und die dann aber letztlich bei der nächsten Runde von Gesetzgebung wieder weiter ausgedehnt werden und wo es eigentlich fast aussichtslos ist, was zu verändern. Und trotzdem will ich natürlich auch da nicht diesen gesellschaftlichen Diskurs kleinreden, weil ohne diesen sähe es alles viel schlimmer noch aus. Und trotzdem stellt sich dann eben auch immer wieder diese Frage, wollen wir uns eigentlich auf eine Politikberatung einlassen, die in den bestehenden Machtverhältnissen um Verbesserungen im Namen von Grund- und Menschenrechten kämpft und darum streitet. Aber diese Frage muss auch immer wieder neu gestellt werden. Es ist eben auch verführerisch, Anteil an der Politik der Mächtigen zu haben und damit ein wenig Einfluss zu gewinnen. Andererseits im Kontext der Urheberrechtsdebatte haben wir im Vorstand sehr klar entschieden, dass wir dabei bleiben, staatlich verordnete Uploadfilter abzulehnen. Unsere Aufgabe kann es eben nicht sein, daran mitzuwirken, dass die nicht gar so schlimm sind und nur ein wenig die Menschenrechte verletzen, weil eben eine Verletzung von Menschenrechten immer grundlegend abzulehnen ist und nicht ein bisschen dann doch noch geht. Von daher bleibt es wichtig, diese grundsätzlichen Fragen immer wieder zu stellen und sich nicht von den Möglichkeiten der Einflussnahme korrumpieren zu lassen. In diesem Vorstand hier war es möglich, diese verschiedenen Perspektiven immer wieder in einen Ausgleich zu bringen. Von daher herzlichen Dank für die Zusammenarbeit, die ich immer als sehr gut, sehr wohlwollend und sehr angenehm empfunden habe. Also vor allem eben der Dank an diesen Vorstand, aber dann eben auch Dank an Elisabeth, der politischen Referentin, mit der ich immerhin anderthalb Jahre zusammengearbeitet habe und Paula, der studentischen Mitarbeiterin, die jetzt schon so selbstverständlich und inhaltlich mittendrin ist, wunderbar mitarbeitet und ich noch als Bundesfreiwilliger damals kennengelernt habe, als ich angefangen habe. Aber klar, der Dank gilt auch den Mitgliedern und den vielen Menschen, die ich in diesen wenigen Jahren, zweieinhalb Jahren ja nur kennengelernt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe und mit denen immer gute und freundliche Zusammenarbeit möglich war. Und dass das immer in einem sehr respektvollen und freundlichen Umgang war, das ist ja nicht immer nur selbstverständlich. Von daher wünsche ich der digitalen Gesellschaft einen langen Atem und viel Schwung für die nächsten Jahre. Genau, einerseits das und zum anderen mache ich jetzt aber auch nochmal wieder einen Werbeblock, von dem ich glaube, dass er einfach notwendig ist, auch wenn er immer wieder nervt und man manchmal sagt, nicht schon wieder. Es ist wirklich eine Organisation, die dringend notwendig ist und es gibt nicht so viele, die diese Breite der netzpolitischen Themen wirklich begleiten und immer wieder dranbleiben und deutlich machen, worum es geht. Und diesen Spagat auch versuchen von Auseinandersetzung, theoretische Auseinandersetzung und auch Protest möglich zu machen. Von daher, es braucht diejenigen, die diese Arbeit machen, es braucht die anderen, die sie ideell und materiell unterstützen. Wir haben immer wieder viel Zuspruch, glaube ich, zu unserer inhaltlichen Arbeit bekommen, aber letztlich gibt es doch relativ wenige, die es finanziell unterstützen. Von daher nochmal die Aufforderung, spendet, werdet Fördermitglieder. Es ist eine lohnende Sache. Dankeschön. Ja, danke Elke. Ich hoffe, du bleibst dem Verein natürlich erhalten. Das habe ich noch vergessen. Ja, ich hoffe, du bleibst dem Verein erhalten. Und Paula, moderierst du die nächsten, die neuen an? Ja, ich kann es machen. Genau, dann würde ich nämlich an Paula wieder übergeben und wir starten nämlich direkt in die Zukunft mit unseren neuen. Und Paula hat die kurz nochmal anmoderiert, oder? Ja. Also das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Kann ich gerne machen. Ah, der Abstand. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja.